Du musst mal learn to play, ganz ehrlich. So, wir machen weiter, während ich noch von Robczyk getestet habe. So, hallo hallo. Und wer auch immer host ist, muss die Runde starten. Hallo. Moskau, Moskau, wirft die Gläser an die Wand. Russland ist ein schönes Land. Hey! Moskau, Moskau, deine Seele ist zu groß. Nacht ist der Teufel los. Wahahahaha, Imposter! Ich bin Lover of the Russian Queen. Okay, so. Wir machen Tasks. Ich möchte endlich mal wieder diese blöde... Ich krieg diese Tasks nicht mehr, die ich haben will. Drei Millionen Parts, das ist unfassbar. Wann krieg die denn nicht mehr? So dumm. Es gäbe die einfach nicht mehr, ne? Die gibt es einfach nicht mehr, diese Tasks. Die hatte ich einmal, dann habe ich sie verkackt, dann wurde mir erklärt wie sie geht und seitdem kommt sie nicht. Oh, das war, das war ein guter Mülleimer. Wichtig. Wichtiger Mülleimer war das. So. Zack. Ich muss aber auch sagen, ich bin heute also, ich bin so überhaupt nicht gedanklich irgendwie... Also ich kann so gar nicht gut kombiniert gerade. Man merkt es, glaube ich, an meinem Spielstand. Beleid, dass das nicht so... ...flawless ist. Ich hätte ja sonst nur professionelles Gameplay von mir gewonnen. Natürlich. So. Ähm. Was haben wir hier? Irgendwas muss ich mit drin machen. Ah ja, das. Hallo? Oh. Im Reaktor gleich zwei Sachen. Also wenn man immer... Wie jemand den Reaktor auslösen möchte? Gerne. Ich muss sowieso hin. Ah, damit muss ich jetzt wieder an den Anfang. Dann gehen wir jetzt aber erstmal kurz zu Greenhouse. Ah, da hätte jetzt immer jemand gekillt. Nein, okay. Ich will nicht die Tasks zumachen, Mann. Jetzt jemand hier tot? Ne, immer noch nicht, ne? Alles noch... Alles noch easy. Alles noch easy. Ja gut, da war noch sehr viel am Leben, also es läuft alles noch gerade wunderbar. Sorry, für das du wusstest. Ich war nur kurz... Ich hab's jetzt schon mehrmals gesagt. Ich war nur kurz draußen. Und es ist direkt so ne... So viel... Ja... Oh, das hatte ich noch nie. Ach doch. Ich hab's nur an einer anderen Stelle. Okay. Ach, endlich. Okay. 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 Also... Ich bin... Ja, ich hab eine gewisse Person im Rektor-Bereich wenden sehen. Und diese Person... Ja, ich glaub jeder von uns hat Reggie wenden sehen. Diese Person scheint entweder Reggie zu sein oder eine Person, die ausgibt sie zu sein. Ja. Und deswegen, um ganz sicher zu gehen, voten wir erst Colin und dann... Nein, Spaß. Ja, ich hab schon gewotet. Ja, okay. Obwohl ich im Poster bin, ja. Ich hab auch Reggie schon gewotet, alles gut. Ja, das Ding ist... Eh lol! Das Ding ist, ich... Ich wollte ihn erst... Äh... Das Ding ist... Eigentlich wollte ich jetzt nicht nur ruhig also nichts sagen, aber da ich nicht so auf dem Poster war, dachte ich mir so... Ja, normal. Ist okay. Alter, nee. Alles klar. Wie fies einfach, oder? Unglaublich. Unglaublich. So, jetzt schnippeln wir noch Gemüse, dann sind wir fertig. Dann können wir hornten. So, Imposter ist nämlich... Benni? Ich dachte, die haben Reggie... Okay, okay, das wird die... Okay, das gibt nen... Das gibt nen Plotwist des Todes. Das gibt nen Plotwist des Todes. Weil alle Reggie vermuten. Das wird interessant. Es tut mir jetzt fast leid, dass ich Benni gespoilert habe. Das war nicht... Ich dachte halt, ich... Der Imposter ist Reggie, das war für mich safe. So wie es für die jetzt nämlich auch safe ist. Es tut mir jetzt echt leid, dass ich das jetzt gespoilert habe für die Zuschauer. Also das ist jetzt nicht so... Cool. Aber ich... Ja, ne? Konntest du ja nicht wissen. Dangit. Krass. Da läuft ein Haufen. Wenn jetzt Reggie... Also wenn jetzt einen killt. Hä? Was tun sie da? Der Benni hat halt echt ein Problem jetzt, ne? Der kann halt nicht killen. Er hat halt keine Chance zu killen gerade. Für... Joa. Ey, ich setze mich 20 mal vor so ne Scheißpresse und nie killt er mich. Also... Jetzt ist doch noch ein Task übrig. Ich will mal sagen, ich bin Silentist und Xehan ist bestimmt schon 2 Minuten tot oder so. Ja, ich hab Xehan noch... Also voten wir jetzt Reggie oder wie? Wieso ich? Ja, weil du hier anscheinend gewendet bist. Eigentlich ist Reggie voten. Hä? Ich bin gewendet? Echt? Bist du? Hä? Wenn du zugibst zu wenden, dann worte ich Nico. Also ich gebe eher zu, dass ich ein Poster bin. Ja, dir glaub ich aber kein Wort. Warum sollte ich wenden? Ich bin ein Poster, hä? Bist du echt? Ne, 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 ich bin eigentlich Xehan. Aber der ist doch tot. Achso, ja, okay, ich wollte mich selbst sagen. Perfekt, ja, ja. Was macht Reggie? Wenn ich's ein bisschen verwirrt, wenn ich voten soll. Ich hab ja... Also ich mein, wir wissen jetzt ja, wer es ist. Ne, okay. Wenn du mich selber geworrt, dann weiß, wenn... Ich werde den Vont nicht mehr nutzen, um den Imposter, weil das verrät ja doch zu viel. Wenn die das nicht mitbekommen, wer es ist, dann ist das nicht gut. Wow. Wenn wir's eh wissen, dann ist was anderes, aber so... Mach ich nicht mehr. Das ist ne, das ist Zucker für die Aufnahmen. Jetzt wissen wir's eh, deswegen jetzt können wir natürlich hier, ne, den Dings verfolgen, aber... Ich bin zu faul, mich jetzt zu muten. Also scheiß drauf. Das ist definitiv eine Runde, die existiert. Ja. Schon echt ein geileses Spiel, ja. Schon echt ein geileses Spiel, ja. Weil der hat sich jetzt auch nicht verwandelt. Bei uns im Haulas essen. Der scheint nicht Dings zu sein. Ha. Was macht der da? Will er comms reparieren? Achso, er... Ja, aber hat er doch da eigentlich schon. Oder ist es einfach ein Bug und hier steht Impostop, wo das nicht ist? Was? Keine Ahnung. Ganz komische Dinge. Ja, Vorsicht. Ganz, ganz, ganz komisch. Okay, ja, jetzt ist er gewandelt. Okay, was erzählen sie jetzt? Wer macht da eigentlich seine Tasks nicht? Ich habe keine Tasks. 6. Wenn ich raten dürfte, würde ich sagen, der Name fängt mit R an. Robchu. Reggie. Ah, Ronnen. Randy. Rico. Ronnen McDonalds. Habt ihr jetzt gewotet? Ich hab mich gewotet. Ihr habt mich auch gewotet. Ich mich auch. Warte mal auf mich. Das ist ein Teil der Urteil. Ach, schade. Okay, ja. Das war grad wie... Jetzt kommt der Plot-Twist. Ich hatte keine Gelegenheit euch zu killen. Ach, ich war gar nicht Impostor! Achso! Was? Da kommt der Plot-Twist. Da ist es passiert. Da ist es passiert. Wir haben keine Ahnung, wer es ist. Wenn Benni das jetzt geschickt anstellt, kann er sich das benutzen machen. Fluch der Karibik hieß das auf Deutsch, mein Fehler. Danke, dass du das richtig gesteuert hast. Piraten der Karibik. Ist das übel, ey. Ist das übel. Ja, sorry, mein Gehirn hat einfach schnell den englischen Titel übersetzt, was weiß ich. Piraten der Karibik. Ach, als Maul-Rub-Schuh. Hä 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 hä. Unglaublich. Okay. So, Leute. Jetzt entscheidet euch gut. Richtig. Also Nico, wollen wir Benni worsen? Ist Rob you jetzt über? Ja, ich bin dafür. Bist du jetzt einfach drüber gelaufen oder? Ich glaube ja, aber ungewollt. Ich habe es nicht gesehen. Als sie gesehen hat, Moment mal, wie ist Port? Hast du gedrückt? Das ist so jetzt nicht. Nee, ehrlich, ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe gesehen Harry Port und dann hast du gedrückt und dann kam die Nachricht, dass sie portet worden ist. Ich habe ihn schon selber gewortet. Ihr könnt nicht rausworten. Ich habe ihn ehrlich nicht gesehen. Ich war einfach so ohne Scheiß. Ich habe nicht realisiert, dass es so eine Leiche ist. Ich schwöre. Ihr könnt nicht worten. Ich habe mich schon selber gewortet. Wieso ist das denn? Also, was ist denn Benni oder was? Jísimo. Weil ich auch bin. Und wieso sagt ihr? Hä? Na endlich, hab die es. Hey, was soll das denn? Wieso sagst du das denn jetzt? Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube, dass es gibt die schlechteste Runde. die wir jemals gespielt haben. Wisst ihr, was mich geärgert hat? Ich habe gar nicht so getaucht. Keine Ahnung. Ich musste auch mal trollen. Ich habe ungewollt den, also für die Zuschauer habe ich jetzt ungewollt den Imposter gespoilert, weil ich dachte ja, safe, es ist Reggie. Und ich dachte so, okay, wir hanten jetzt halt Reggie. Geh auf Imposter und plötzlich bin ich bei Benni. Und ich dachte so, okay, das wird ein richtiger Plot-Twist in der Runde. Pass auf, das ist nicht Reggie, es ist doch klar. Da sind vier Leute. Seit fünf Sekunden, dann kommt ihr noch aus dem Band und lässt sich sehen. Ja, ist bestimmt Reggie, genau. Weil der so eine Diode ist. Ich dachte auch, dass es Benni ist, weil das erste Mal, wo der Reaktor gecallt wurde, war schon so, war Benni schon so komisch direkt beim Reaktor. Und dann hat er mich aber direkt danach leider gekillt. Deswegen habt ihr von meinem Verdacht. Ich konnte nicht, ich konnte Reggie nicht beroten, weil ich nicht wusste, wer es ist, also musste ich ja skippen. Das war meine einzige Chance. Also ich war halt Engineer, aber ich wollte da ein bisschen rumtrollen, deswegen habe ich gesagt, ja, ich bin Scientist. Und ich habe gesehen, tot gesehen. Dann sagst du aber trotzdem frech, der ist aus irgendeinem Tod. Also ich war in den Weiters, aber ich war nicht Scientist. Das war einfach nur, um euch zu verarschen. Mich hat nur gefreut, dass Conan so lange nichts sagen konnte. Ich wollte euch einfach nur für blöd verkaufen. So. Ach, du schon ist auch ganz nett. Jetzt bin ich ja schon boss, also. Das war so nah, als ob ich genau wusste, ey. Veggie, ist das nicht. Komm, 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 komm. Das war so lustig. Ach, ich muss muten. Hilfe. Nein, ich muss Impostor verbergen. Hilfe. Okay, let's go. Hilfe. Let's go. Wenn wir endlich jetzt mal wieder... Nee, können wir nicht. Ich kriege das, was ich machen möchte, kriege ich einfach nicht mehr. Das ist vorbei. Ich kriege das nie wieder. Ich kriege das nie wieder, diesen Task. Ach, nein, Marshmallow. Mach ja erst mal den Eimer. Nein, kein guter Eimer. Kein guter Eimer. Schlechter Eimer. Was war das denn? War ja richtig schlecht. Ja, wo ist das? Ach, hier. So, erst mal Marshmallow grillen. Ja, so wie Nico das auch macht. Die Welt geht unter, aber wir machen erst mal Marshmallow. Oh. Das ist der letzte Sommer. Da, da. Okay, wir müssen... Hey, die sind zu zweit da und... Okay, alles klar. Ey, Jungs. Stehen zu zweit da rum und keiner macht. Ist ja... Wurscht. Wo liegt die Leiche? Ich habe Files gesehen, wie er den Kill gemacht hat. Das kann ein Schäfschifter sein. Wo liegt die Leiche? Ja, am Reactor. Also, er hat da einfach ganz geschmeidig gekillt. Ich weiß nicht, ob es ein Schäfschifter war. Das war mir ein bisschen zu offensichtlich. Oder vielleicht hat er mich auch einfach nicht gesehen. Hat er dich... War das während dieses Pilzeffekts? Ne, das war ganz kurz davor und ganz kurz danach ist der Pilz aktiviert worden. Okay. Also, es war so eine halbe Sekunde, bevor er aktiviert wurde. Sagst du die Wahrheit? Ja. Und den muss ich dann voten? Ich. Hä? Alles klar. Jetzt bin ich... Also, du hast eine Person gesehen mit dem Namen Veit. Ja. Okay, aber es ist natürlich nicht klar, ob es wirklich war. Aber die Figur, die du gesehen hast, ist Veit. Ja. Veit etwas zur Verteidigung zu sagen. Zur Verteidigung? Was mich interessieren würde, warum kommen wir zum Reaktor? Und sowohl Veit, als auch Rob zu stehen an den Geräten. Aber das Ding läuft immer noch. Ja, Veit hat es gemacht. Das ist so, dass es nur bei X-Wassass ist. Also, ich habe es Veit gedrückt. Das hat sich noch gedrückt. Also, ich... Also, ich... Moment. Ich möchte mal eine Sache sagen. Also, bei Veit, der Button, der hat geleuchtet. Bei Robio nicht. Das heißt, Robio hat den gedrückt, Veit nicht. Okay. Lass uns mal folgendermaßen machen. Lass mal jetzt Conan rausvoten. Und dann verfolgen wir... Und dann verfolgen wir in der nächsten Runde alle Veits, so. Ich habe schon Veit gevotet, also jetzt ist es zu spät. Aber macht's. Ja, okay. Ja, nun mal. Alles gut. Soll ich euch unterstützen beim mich rausvoten? Ja, mach mal. Moment. Gerne. Vielleicht reicht's ja. Es reicht. Ja, okay. Hätte ich auch... Ihr braucht meine Unterstützung gar nicht. Ist in Ordnung. Hauptsache, er kann nicht mehr reden. Wir brauchen jede Unterstützung. Ich bin spassungslos. Das beste Spiel der Welt. Aber Hauptsache, Robio hat Spaß. Lass es sehen. Okay. Ich darf mich tatsächlich nicht reden. Ja, ich würde jetzt feilsworten. Außer, ich finde mich so nervig, dass ihr mich jetzt rauswortet. Nee, da muss ich feils die Blütenlänge. Bevor ihr... Zehans, Zehans. Bevor du... Okay, alles egal. Ja, ihr habt's schon gewortet. Alles gut. Dann habe ich nichts gesagt. Okay. Egal, was jetzt... Ich möchte mal kurz sagen, dass beim Reaktor ich derjenige war, der nicht gedrückt hat. Ich wollte auch gerade sagen, wenn das Licht leuchtet, dann bist du doch der, der nicht gedrückt hat. Richtig. Aber gut. Egal. Ich finde es ein falsch. Ach, schade. Schade. Das wäre ziemlich witzig gewesen, ja. Ich habe tatsächlich einfach maximal lang gewartet, bis der Rest kommt. Also zu dem Reaktor. Bei Robio konnte ich den Knopf nicht drücken. Der hat nicht geleuchtet. Bei Fighterknopf, der hat geleuchtet. Den konnte ich drücken. Und den habe ich aufgedrückt. Ich schwöre dir. Ich stand davor, ich habe nur gewartet, damit alle hier sind. Und dann habe ich gesehen, du bist da und Nico. Und dann war mir klar, gut, die Pein da kommen. Und der andere kommt auch noch. Dann ist ja egal, was passiert. Irgendeiner wird was killen, einer wird reporten, dann ist ja easy win. Also ich muss sagen, ich war der Einzige, der gar nicht auf dem Weg war. Ich habe nämlich brav mein Angeltas gemacht, die ganze... Aber während der wäre aktuell lief. Ja, ich mache halt hier die 500 IQ-Plays. Ihr hingegen, weiß ich nicht. Ja, ich wollte halt... Ich habe halt gedacht, das drückt schon irgendwer. Ich wollte jetzt beim Angeln nicht... Ja, next round. Next round. Das ist cool. Alles klar. Hauptsache, wir haben Content gebootet, dass man Nift da super macht. Und der Nift da auch noch mit. Richtig nice. Ja, ich unterstütze euch wirklich. Stattdessen haben wir mich eh alle komplett durchgebootet. Ja, du hast gefragt, ob du mitmachen willst, oder? Dann habe ich ja auch durchgebootet. Ich habe halt alle erst Läser gebootet. Alle wollen weg. Alle wollen weg, ja. Oh, ich bin Scientist und werde es nicht nutzen. Perfekt. Äh. Okay, wir starten. Ach ja, komm, wir machen den Blödsinn hier. Habt ihr das gesehen? Ropschi ist jetzt blau. Okay. Das war eine coole Verwandlung auf jeden Fall. Och nee, ich schon wie. Und Retschi ist jetzt rosa, oder wat? Okay. Ja, komm, wir gucken gleich mal auf die Weitels, ob schon jemand tot ist. Nope. Alle in bester Verfassung. Ja, okay, da hat jemand richtig Spaß. Jetzt ist noch jemand tot. Nein. Alle noch in bester Verfassung. Und ich lauf falsch. Ach, ich muss Laboratory rein. Okay, okay. Okay. Nice. Jetzt schon jemand tot? Nein. Alle in... Yoda. Hat jemand richtig Spaß mit dem Effekt. Was ist denn los? Oh, nee, ein Ei. Ich hab keine Lust auf das Ei. Okay, jetzt ist jemand tot. Okay, also, da war ein Kill. Der muss jetzt erst passiert sein. Ja, der ist gerade passiert. Ich hab ihn gesehen. Der Pilzeffekt war noch aktiv. Ich hab ihn ein bisschen verfolgt. Und dann war da Benny Boy. Könnte ein Shapeshifter sein, wie gesagt. Also, das ist wie gesagt. Aber ich hab auf jeden Fall einen Benny Boy gesehen. Glaub nicht, dass es Shapeshifter war. Dann hätte er nicht den Pilz aktiviert. Ja. Ja, okay. Und ich weiß auch nicht, ob man durch den Pilzeffekt nachträglich dann zu dem wird, in was man sich noch davor verwandelt hat, dass das sich sozusagen stackt. Ich glaub das fast. Also, ich glaube, es stackt sich tatsächlich. Aber... Okay. Also, ganz ehrlich, warum sollte man, wenn man sowieso Shapeshifter ist, den Pilz drücken? Und der Pilz ist nicht das erste Mal gedrückt worden in der Runde. Ja, Benny hat da ganz schön viel Spaß damit gehabt. Das ist richtig. Ja, ja. Also, wenn du es nicht bestest, Benny, dann sorry. Aber ich glaub, wir haben dich jetzt alle gewartet. Nein, also, ich weiß nicht. Einschließlich, sieht hier selber, ist es okay. Bis auf Nico, der hat eigentlich Bock auf... Nico hat Conan gewartet, das ist normal. Ist okay. Ist wahrscheinlich. GG. Irgendjemand muss ja Conan voten. GG. Ja, sehe ich auch so. Ich muss ja irgendwo Stimmen herbekommen, dass ich gewählt werde. Ja. Conan auf Wartung. Dein Kanal, also wäre ja langweilig, wenn du nicht gevotet wirst. Richtig. Was sagt die Aufnahmelänge? Wir sind ja gerade mal in 24 Minuten. Hauptschirfeld? Geil. Geil. Die Hörner sind cool. Ist wieder auf Cloday, oder was? Hat er jetzt hier. Hat nur wieder seine Farbe geändert. So. Oh, neue Runde direkt. Alles klar. Let's go. Let's go. Jetzt wird zerfickt. Let's go. Ja, wieder so eine kurze Runde. Der arme Benni, ey. Also ich war länger nicht mal, Pastor. Ich war ja immer wieder. Aber wie ich es gesagt habe, ich werde den Sightest nicht nutzen. Lol. Es ist halt... Ich meine, gut, wir haben ein bisschen drauf geguckt. Also ich konnte halt sagen, dass er... Aber es war dann eh klar, wer es war. War in der Runde, war es komplett useless, der Sightest. Muscheln gesammelt. Das Wort sollte man nicht zu falsch ausdrücken. Der Weg zum Reaktor ist zum Glück nicht so weit, also das schafft man locker. Okay. Okay, also Xehan und Robbio standen die ganze Zeit am Lagerfeuer. Ich habe gerade das Antio-Spiel gespielt. Ich hatte keine Zeit. Das kann durchaus der Wahrheit entsprechen, ja. Ich war gerade beim Reaktor und habe gewartet und es kam einfach keiner. Ja, ich habe... Nee, ich musste die Antio-Spiel spielen. Tut mir leid. Ich war auch gerade auf dem Weg rein. Ich musste gerade Taschenbillard spielen. Sorry. Also, ähm, die Leiche... Die Leiche... Die Leiche liegt, äh, direkt südlich vom Meeting Room. Wir voten alle, ähm... Den voten wir diesmal. Dich? Nee, das ist langweilig. Schon zu Standard geworden, einfach Conan zu voten. Wir voten... Finde ich gut. Wer hat es denn verliebt? Ich vote... Ich vote Conan nur, wenn es definitiv nicht Conan war. Nee, das ist... Okay, ich weiß definitiv nicht. Wir wissen es nicht. Also... So, da bin ich wieder. Hallo. Hallo. Ich habe für Nico gevotet, weil ich glaube, da war... 3M1LXX folgt dir jetzt auf Twitch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß bei dem Kanal. Dieser Account landet erstmal in der Stummschaltung, ne? Viel Spaß bei dem Kanal. Gibt es einen Blog? Conan hasst Sex nicht. Da freut sich jemand auf ganz lange tolle Streams, auf jeden Fall. Och, geil. Der hat dein Streamarchiv von vor 5 Jahren gefunden. Ja, der Alex K. Ich dachte, da folloe ich mal rein. Da macht er erstmal Daumen runter. Irgendein Big Star hat doch nicht gevotet. Achso, das bin ich. Ja, Conan war doch bis zu seiner Stummschaltung beschäftigt. Wie lange ist der letzte Stream? Ja, sechs Jahre? Okay, egal. Live-Stream-Ankündigung. Da ist da ein Öl reingerutscht. Gut, geil. Ey, du bist ja bald. Gott, ist das halt vielleicht. Ja. Ey, da werde ich echt nostalgisch. Wenn ich darüber nachdenke, wie lange wir schon... Also, was wir dann Livestream und so alles hatten, ey. Ah, es war schon cool, aber irgendwie war Livestream auch nicht so ganz so. Es war ein bisschen zu viel Trollerei. Da bin ich... Ah, weiß ich nicht. Ich glaube, da bin ich nicht so geschaffen für. Auch wenn ich es gern mal wieder... Der Pizzer hat auch noch die Lake. Auch wenn ich es gern mal wieder machen würde. Naja, auch nicht schon wieder ein Ei. Aber die letzten Male, wo ich das Ei hatte, ging es immer anders aus. Und dann musste ich das Ei gar nicht mehr rausprüfen. Also warten wir jetzt auch wieder, was passiert. Und mach das Ei zum Schluss. Das ist eine gute Taktik. Krieg ich jetzt endlich mal diesen blöden Porp mit den Kristallen irgendwo? Krieg ich wieder. Ähm. Okay. Nico hat vor meinen Augen Sehern gekillt. Con... Ja, Conan hat... Nix, nix. Vor meinen Augen Sehern gekillt. Reggie, Reggie. Hatte mal bei eure Klappe. Dankeschön. Reggie? Ja? Was hältst du, wenn wir beide auf Conan Votes geben? Ja, ich finde Conan auch Sasa als... Alles klar, gut. Votet aber dann nachher Nico raus. Ja, mal gucken, wenn ich Lust hab. Wir haben nichts dagegen, wenn ihr mich rausvotet, aber... Naja, natürlich. ...dass ihr dann die Runde noch gewinnt. Naja, wir wollen jetzt extra verlieren, damit du dich aufregen kannst. Ja, Nico, sollen wir gleich für dich warten? Ja, hat sich schon gemütet, der hat gesagt nichts mehr. Ja, okay, ich denke mal, das heißt nein, dann wollte ich nicht für ihn. Ja, okay. Ich mach nochmal eine Tasks. Ich mach gar nichts. Ich bin gespannt, ob sie es jetzt versauen, aber dann ist es nicht meine Schuld. Robby, was bist du denn für ein Loser? Ich glaube, Benni ist es. Okay, ich rufe Robby. Alles klar. Wir schaffen es noch, das zu versauen. Ich bin gespannt, was sie jetzt überholen. Benni, bist du da? Benni ist gemutet. Der sagt nichts. Benni, wenn du da bist, du musst Nico voten, ne? Was ist mit Benni los? Wo ist der? Der sagt nichts. Er ist gemutet. Der sagt nichts. Benni, falls du noch nicht warten kannst, du musst Nico voten. Ja. Okay. Spannend. Ich bin echt gespannt, ob sie es schaffen, die Runde zu versauen. Kann ich jetzt mal nochmal eine Tasks machen? Danke. Ich bin echt gespannt, ob sie es schaffen, die Runde zu versauen. Das wäre lustig. Ach komm, wir machen das Ei. Aber ist diese Aufnahmesession eigentlich jeder einmal am Reintrollen, oder? Scheint so. So. Es scheint so, dass Benni auf K ist, Fragezeichen. Auch das scheint so, ja. Aber mich hört ihr nicht. Es ist Nico. Und dann wurde einer gekillt, wie geil. Er hat genau einen Reaktor. Ja, ich weiß, ich habe mir schon gedacht, weil ich habe gesehen, wie die 1 von 2 zu 0 von 2 geworden ist. Ja. Ach. Also. Ich bin so am Wasser abfüllen, sehe so links. 1, 0. Und dann eine Sekunde später Report. Ach so, okay. Ich finde es auch geil. Ey, ihr wusste, dass das so ein Schäfschifter ist, oder? Das war ein Schäfschifter, oder? Ja. Ja, ich habe mich aber schon geflaggt und mir ist noch schade. Ja, ich dachte mir, wo kommt die Runde auf eurem Petrolle. Hauptsache, Colin rauswurzelt. Der Rest war mir gar nicht geil ist. Alles geht damit. Ja, ich meine, ihr wusstet doch eh schon, dass ich es bin. Wieso? Weil das lustig ist, du scheiß Mathematiker. Mein Gott. Warte, ich muss kurz was googlen für dich. Warte, Wikipedia. Hu-Mor. Da, ne? Hu-Rin-Mor. Hu-Rin-Sohn. Mein Gott, warum? Hu, ich meine Hu, ich meine Hu. Ich wusste mir das. Weil das war, wie hier Videos machen, die auch lustig sein sollen, okay? Ja, du wichser. Genau so besonnen. Du wichser. Mein Gott. Ich habe mal ein Poster bisher. Ich will auch als ein Poster mal trollen, komm schon. Ich möchte auch nur, ich möchte auch nur, ich möchte auch nur, ich möchte auch nur auch schon kündig sein. Ha, ha, ha. Glöckchen. Beleg gerade, ob ich Rob-Chu sagen soll, dass ich bald ein bisschen zurückhalten? Oh, mein Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020